Allah bedeutet al-ilah, ay al-ma'bud bihaq, derjenige, der mit Wahrheit angebetet wird. Derjenige, der es verdient hat, angebetet zu werden. Das bedeutet der Name Allah. Und Allah ist der beste und schönste Name von Allah. Alle Namen kehren zu diesem Namen zurück. Alle Namen sind eine Abzweigung von diesem Namen. Alle Namen erklären diesen Namen. Allah. Und die Christen und die Juden unter den Arabern sagen auch Allah. Weil es der beste Name von Allah ist und der Name, der Allah auf beste Art und Weise beschreibt. Und zwar, indem dieser Name sagt, er ist derjenige alleine, der es verdient hat, angebetet zu werden. Die Schulden, der es verdient hat. Die Schulden, der es verdient hat. Das war's für heute.